Nichts Tempo! Anders, was geht? Boah, verrott! Und unser Perfomance, Hannes! Geht so ein PC auf? Ja, Mann! Ja, Mann! Und Alex! Und Dani und Hannes! Perfomance, was geht? Du musst auf die Sonne passen! Hahaha! 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 Und leider nögt es! Ja! Ja! Ich trinke erstmal noch eine und ficken jetzt! Boah, Semi! Hannes, ey, ja! Hannes, guck mal ins Licht! Hannes, guck mal da ins Licht! Hahaha! Pass auf, ich muss gleich wieder niesen! Dann trinke Semi auch einen, wenn ich esse nicht! Ah, auf jeden Fall! Wenn auch nicht zwei! Über zwei also! Ey, das krascht auch auf Partys! Ey, das krascht auch auf Partys! Was ließt ihr alle so an? Mit was? Das kann doch gar nicht in die Ebene nun. Na auch noch ein bisschen. Und da haben wir auch noch ein paar Flaschen. Kann man auch nicht sehen, man. Wo haben wir da was? Gefriertruhe. So, da haben wir auch noch ein paar Flaschen. Oso, Wodka, Ficken, alles. Dann haben wir noch unseren Superstar, Hannes. Superstar, Pfefferstar, Pfefferhashishstar. Ja, aber Hannes hat schon... Ja, ohne zu zittern. Speck Hannes, Mann. Und jetzt... Lift me up. Let me go. Lift me up. Let me go. Oh, er hat doch mal die Haltung. Nippel schwitzt. Lift me up. Let me go. Let me go. Warte, Mann. Let me go. Let me go. Let me go. Hi. Wow, Mann. Let me go. What's going on? Sorry, Hermann. Hey, Mann. Hey, Mann. I'm a fan ofils. Where are broken people living under, and I can't out on the fort? It can't be out on the fort. No. No. Where broken people living under... Oh, oh, man. It's too fast. Hannes, unser Pfefferstar, Hannes, er zieht alles hoch, von Zimt bis Pfeffer, auch Basilikum Das ist jetzt witzig, Aua, das hat weh Hannes, was geht? Jetzt mach mal aus und trink da hin Ah, wir sind erst bei 4,5 Minuten Ne, 4 Minuten, 4,40 4 Minuten und 45 Sekunden Zehn kleine Jägermeister Zehn kleine Jägermeister, war nicht ganz allein Thronluden zieht zum Osterfest in Liebenhannes ein Also bei 5 Minuten machen wir Schluss 3, 2, 1 Und? Hey, Hund